Musik 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 15 Sekunden Von hinten Ich treff nicht 50 Hinter dir Hinter dir Was war das denn? Das war Glück würde ich sagen Ich hab gar nicht mitgekriegt Ich dachte das wars jetzt schon Cool du darfst vorlaufen Äh hinter dem Hinter der Treppe leider was auch immer Alex opfert sich hab ich gehört Aua Hilfe 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 Er fällt runter Einer ist verletzt Ja sollte ich Clemens dann abschießen Ja Chris Chris Hilfe Einer ist verletzt ja Chris Hilfe Wo bist du denn? Ich lieg hier Achso da hinten bist du Ich chill hier meine Base Ich musste grad ein paar Leute umbringen Ne bin ich nicht Das ist mein Job Alter die blöden Mitster Innen rechts ist safe call einer Ja ich drohne jetzt sicher Zahlbar Vertrauen links Genau da an der Ecke Achtung Ich hab sie Sie nicht aber Du hast sie Das ist im Raum Aber wenigstens hab ich sie verletzt So komm Chris hier Ja das ist halt schon kaputt Ja das ist Time to make a new Org It's about to get out Das ist nicht politisch korrekt Das ist nicht politisch korrekt Wenn das schon klingt Ja ja Scheiß aufs rote kreuz ey Hey Darf ich nicht drauf scheißen? Irgendeiner soll bitte ins Chat nehmen Ich bin Mitglied Ich bin Assi Youtuber Ich bin Mitglied Vom roten kreuz? Ja Du bist der nächste auf meiner Liste Tim du bist der nächste auf meiner Liste Ihr nehmt das Blut von unschuldigen und verkauft das halt einfach für 400 Euro an Krankenhäuser Ja Welches Team gerät Wow Welche Idiote hat mich eigentlich gespürt? Ach komm Leder Hahaha Ja aber ich finde das ein paar so geil Ja ich wollte ja Sie wollten mich umbringen Die Schweine kriegt mich nie Nee die Ich wollte da ja ne Dings was hin machen Aber du machst das hin Ich war da nach rechts das Ding Ja Mach dir erst ne Team gerät so Ach man Clemens Ja tut mir leid Aber ich Habe wieder gesehen und gehört Und dann ist einer noch meine Matte rein Ey ich liebe diese Runde grad Du Untermensch Alter schießt so scheiß aber Wie macht trotzdem geht's Joa also bei mir hier sind schon mal zwei Leute Glass und Fuse Sag wenn die gleich da sind Die sind da Ich fahrt noch ein bisschen ab Auf nachts Ich fahrt noch ein bisschen ab Auf nachts Ich fahrt noch ein bisschen ab Auf nachts Fuse ist tot Und dann ist da noch jemand Blackbeard Oder Sander Ich weiß nicht wer das ist Ich fahrt noch ein bisschen ab 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 Ne Guck mal Am Halt Halt Die haben ich entdeckt Oh, Gott! Eine meiner leichtesten Aufgaben. Ich meine, Hallo, wer schafft denn so etwas nicht? Achtung! Achtung! Wow! Opsala! Das reicht nicht! Mashallah! Das macht ihn denn jetzt! Bitte! Achtung! Achtung! Ja! Was kann ich das tun? Hey! Das war meiner! Du bist nah in mir reingelaufen! Du bist halt einfach mit Hass gegen die Wand gelaufen gefühlt! Leute was? Mit Hass! Was machen wir denn jetzt? Wirken! Ihr gewinnt jetzt! Einfach! Das sind nur 2 gegen 1! Ja seht ihr! 2 gegen 1! Team killen am besten Alex! Team killt euch! Wieso klauen die mir ständig das Ace? Alex oder Chris? Chris oder Alex? Wer wird sein? Wer killt wen? Das ist gar nicht der Raum! Doch Alex! Das ist gar nicht der Raum! Das ist gar nicht der Raum! Ich hab noch nicht mehr auf seinen verdammten Kopf geschossen! Schön Chris! Ey Alex! Ich hab wirklich nicht auf deinen Kopf geschossen! Ich hab nicht auf deinen verdammten Kopf geschossen! Ist egal! Jetzt gewinnt die Runde! Doch! Du hast ihn aber getroffen! Weil ich in dem Moment aufgestattet bin! Ach man! Ich wollte die Ladung kap... Wer ist drin? Warte mal! Wer ist drin? Oh jetzt sehe ich nicht mehr! Wer ist drin? In der Nervöse! Vakui ist auf jeden Fall drin im Raum! Linke Seite ist er! Von dir aus wenn du auf den Eingang guckst links ja! Alles klar! Du hast natürlich perfekt! Sorry Alex! Ich hab auf damit verdammte Sprengladelschüsse! Wart auf dem zu sagen! Da ist gar nicht der Raum! Mehr Hass, Chris! Mehr Hass! Sorry! Alex ist jetzt Zolti, ne? Ah ne Alex ist richtig Toxic! Und das Feuer! Yay! Das kann ich auch mit meinen Händen! Boah! Diese Explosion aus Feuer! Diese Explosion aus Fray mein Bruch! Also es war ja quasi ein Ace, ne? Ich muss aber jetzt nochmal Rambo neu starten! Oh Leute! Noch 8 Mächtes bis zur Rangvergabe! Ja ne! Geil! Hey Moment mal! Eben war ich doch Gold 2! Nein! Du warst! Das ist Gold 2! Das war Silber! Hallo! Hat doch jeder gesehen! Ja noch! Ich hab drauf gezielt! Ich hab sogar auf den Kopf gezielt und geschossen! VUCA 30 HP! Wer wollte aufgeben? Was? Wir wollten aufgeben? Der random! Ich hab abgeladen! Ich auch! Ich hab aufgeladen! Ich auch! Ich hab aufgeladen! Ich hab aufgeladen! Ich hab aufgeladen! Über die Alex! Das ist größer! Ach sorry Chris! Das ist keine Lieder! Das ist kein Leben! Das ist kein Nerven! Ich bin immer gegen alle! Ne! Das traf ich halt einfach nicht! Gegen drei! Ich bin ein Räuf! Natalie! Ich hab schon zweiter vorrum gemacht! Dann klatsch oder kick! klatscher kick allein ja genau chris klatscher kick hast mehr als eine minute streng dich mal an wir haben 100 punkte wir müssen uns mehr anstrengen kompletter wirst du da so umgespämt wir wirst uns veranstrengen verletzt man sie überhaupt durchgerannt oder ja das durch wenn dann macht schnell du hast 30 sekunden klar dass aufspringen du kannst recht aufspringen das schaffst du von der zeit ja schade das hat man jetzt auch Ok Das war Sledge Von wo kam eigentlich jetzt der Brandpfeil, wenn wir beim Thema sind? Ich glaube Fenster Chris, kannst du mal Room, bitte? Nein, ja Moment Da hinten, ne Das war echt Danke für nichts Ich hab echt umgebracht, ok? Aber nicht Glass Glass ist aber nicht im Nebenzimmer, oder? Der ist da, draußen Hinter dir, Alex Er ist genau da Nein! Der schießt durch den Hauptbrunnen Ach da! Ach da! Wow Da, von rechts Dann hat er mich gewohnt Der war draußen Der war draußen Was macht der Typ denn? Ist der irgendwie geistig behindert? Ja, dann Ich glaube schon, wenn er das Ding aufmacht Wenn er hat ihn gechillt, lass uns zufrieden sein Atlas ist unten Äh, draußen Surprise, motherfucker! Loll Alles klar Chris Alles klar Chris Ja, da macht er den Life-Chill Da macht er den Life-Chill Ich weiß nicht, was gerade die Bahna versucht hat zu machen Ich auch nicht Die kommt einfach von Kommt die Bahna geflogen Und Trifte ich absolut nicht Ja, ok Ja, halt eben nicht Ok, wir haben auf der kleinen Treppe hier über Kontakt der da Ich hab da jetzt aufgemacht Die Wand Offen ist Die Wand Down Da ist noch einer Ja, ich weiß Noch einer Ich hab verletzt Ja, alles gut Aber ich glaub da ist noch einer Noch einer? Ich bin mir nicht sicher, kann noch einer sein Jetzt ist er kann Vier Leute Naja Doch, noch einer Ich lacht Chris Da ist noch einer Ich hab's doch gesagt Hallo, der ist bei mir Der ist bei mir Ups Ich hab's doch gesagt Ich hab's doch gedacht Ich hab's doch gesagt Ich hab's doch gedacht Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.